Oh, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Rambo 6 Siege. Mal wieder mit Docapi unterwegs oder wie man die aussprechen will. Die sind genau vorne. Das ist eigentlich ganz nett, weil dann werde ich mich hier mit meiner Drohne hinstellen und oben kontrollieren. Wir sind im Konsulat und mal gucken, wie wir uns gleich mal darauf vorbereiten. Geschweige denn da einen marschieren. Oben ist schon mal einer. Wir sind natürlich voll auf der falschen Seite gestartet. Okay, kann man sehen, wie man will. Ich würde sagen, hier lege ich einfach meine Claimor hin. Machen wir mal hier ein bisschen Action. Nein! Oh, ich habe schon gedacht, ich habe verkackt. Aber kein Problem, weil jetzt werden wir uns das Handy schnappen. Wir haben jetzt ein Handy und werden nochmal die anderen hacken. Ah, verdammt. Ich habe gedacht, ich erwische ihn vielleicht. Hätte wir vielleicht auch anwiesen sehen sollen. Das Ganze ist besser gelaufen. Aber wir haben ihre Kammers. Los, den machst du. Feuer! Ja, man kann auch nur in die Beine schießen. Schöne Ding! Jetzt ist so gute Runden in letzter Zeit mit Lassion. Die waren schon sehr geil. Ich glaube, ich nehme ihn glatt nochmal. Aber auch cool, dass wir uns nicht unbedingt auf den Hauptengang spezialisiert haben, weil das wäre ein bisschen in dem Sinne leichter gewesen. So finde ich das schon besser. Aber das hat dann ein bisschen mehr Action. Dann machen wir die jetzt hier zu. Wir werden auch gleich auf der Treppe Nadeln legen. Hier ist ja schon so gut gesichert. Wird man eher auf der Treppe was ablegen. So machen. Das kann ich gar nicht alles decken. Und hier machen wir noch zu. Dann können wir hier noch mal einen kleinen Durchgang machen. Und dann werde ich jetzt meine weiteren hier vorne außen. Okay, L hat vorne einen Blick. Okay. 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 Hier, mit rein Ne, zum Glück nicht Er ist gestorben Ne, ne, ne Ich hab da dich kaputt gehen hören Na Und hier ist auch keiner Das ist auch noch zu Ne, 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 ne Hier kommt man nicht rein So viele Sachen, die hier rumliegen Das ist noch zu Das ist alles zu Magst du reinkommen? Schöne Ding, sehr schön Kein Kein machen heute Das Heute bin ich in Topform, würde ich mal sagen Die letzten zwei Runden Allesamt heute entstanden Also Besser geht's wohl kaum Eine absurde Gefühlt nur Doka Ebi und Lesteron gezockt Nice, nice Nur am rocken Sehr schön So Das ist ein ganz schön krasser Ping So Na dann Fahren wir jetzt hier vorne rein Und wir werden uns hier den letzten Punkt holen Oh, klingt nach unten Oder wieder vorne Haupt Haupt Haupteingang sozusagen Ja Nicht so schön Dann hätte ich gleich mal meine Drohne anders platzieren können Ja Was schießt der bitte schön So Jetzt bin ich aber schon wieder hier hinten Meine Drohne ist kaputt Naja Gegen L habe ich kein Bock da anzutreten Dann gehe ich doch lieber nach vorne So Also da male ich mir echt mehr Chancen aus Wenn ich vorne einfach reingehe Zumindest versuche reinzugehen Wenn da halt scheiße viele Fenster Alles machbar Na Zeig mal dein hübsches Gesicht Das hat natürlich Aieieieiei Ein bisschen spät dazu gekommen Entschuldigung Oh Ne, hat mich sofort gesehen Ich wollte mich eigentlich hinter der Balustrade Hinterknien Weil ich es nicht mehr geschafft hatte Rechtzeitig rüber zu ziehen Mit der Knarre Um ihn dann irgendwie noch zu treffen Da unten Hat er aber Glück gehabt Oh Na doch gesehen Schade, schade 2-2 Nach 10 Minuten Ist schon echt heftig Auf zur letzten Runde Probier jetzt nochmal mein Bestes Oh Wir müssen sogar verteidigen Ach nee Hier steht der 2-1 Oh Ich hab schon gedacht Oh Ich hab schon gedacht Wo ist nochmal ein paar Cuatro Ich hab schon gedacht Ich habe schon gedacht Ich habilte Ich hab schon dasidente Ich hab schon zugäng Und Es hat oft Ja klar gewinnen wir jetzt, oder wir versuchen es, als ob jetzt wir was anderes hier vorhaben. So, natürlich erstmal hier die Außenwände zumachen. Ne, die liegt da richtig mistig. Ich habe keinen Sorte, die eher auf der anderen Seite legen. Kommt man hier rüber? Ah, dann ist es okay. Das war zeitmäßig immer noch in meiner Meinung nach ein zu großer Aufwand. Was denn? Hey! Das ist doch nicht scheiße. So, jetzt mache ich noch hier den zu, damit nicht jeder sieht von außen, dass ich da mir was gebastelt habe. Haupteingang? Nö, nö, nö. Denk eigentlich, dass ich von hier komme. Oh, wie dämlich denn, oh man, schieße ich denn nicht? Ich habe gedacht, ja, warte ich jetzt auf einen Clean Shot, aber nee. Hatte ich irgendwie nicht drauf. Gegner mit GU vergiftet, die sind jetzt am... Ja, nebeneingang müssen eigentlich sein. Schönes Ding, sehr schön. Ah, schade. Kein Problem. Laufen die anderen einfach nach unten und machen jetzt vielleicht von hinten. Wenn jetzt Kapkan von hinten rangeht, das wäre eigentlich ganz nice. Haupteingang ist sogar offen, okay. Erstens hört dich da jeder und zweitens läuft er dann von vorne ran. Naja, egal. Er muss ja wissen, was er macht. Wie L hat dich das gemacht, das ist eigentlich auch ein schönes Ding. Kapkan jetzt von der anderen Seite. Sehr schön. Kapkan ist leider weg. Ella ist auch am Arsch. Schade, schade. Ja, dann machen wir das jetzt einfach in der letzten... Mit dem letzten Angriff, klar. Nee, wenn wir das nochmal verteidigen wollen. Wieso komme ich dann auch immer auf Angriff? Egal. Ich mach mich richtig. Nein, du verstehst du nicht. Ich Pardon. Ich Angst, leider. So, wir sind wieder hier. Wieder? Wieso wieder? Das erste Mal. Gibt's doch nicht. Zu früh nachgeladen, war auch dämlich. Oh, bin ich dämlich. Das ist ja hier. Oh nein. Oh, bin ich kacke, ey. Bin ich kacke. Und, wer sperrt uns hier alle drin ein. Ich mach das jetzt mit einer äußerst stabilen Barrikade wieder zu. So, ich hab natürlich nur ne Pistole. Oh, der sitzt oben, ey. Ich bin so dämlich. Zum Glück ist er da wenigstens reingekommen. Jetzt werden wir das Ganze auch noch verlieren. Ah, so gut angefangen. Und, naja. Kann halt passieren, wenn man nicht mehr so richtig, ähm, so richtig mitdenkt. Das Jupit-Team. Erst voll am Freuen und dann auf einmal, naja. Dabei hat er so viel gemacht. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns in einer wunderschönen nächsten Folge wieder. So, auto raus. Bis dann. Tschüss.